Die Jungen kommen jetzt fertig, wollen wir sehen, was da läuft. Auch natürlich unsere Nationalist wieder noch Joscha. Ich hoffe, dass der gesund bleibt, dass der sich heute Abend noch verletzt. Und unser Alitu auch, den kann er auch noch mal. Das ist schon okay, wollen wir sehen, was da los ist. Verliert verboten unbedingt, sonst ist es scheiße. Wenn wir noch einen Gang kriegen gegen Paderborn, dann brauchen wir das nicht machen. Tommi, alles wieder gesund, mein Junge? Sauber!